Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Baraja von Baraja Love Paper und heute wollen wir hier mal dieses wunderschöne Hochzeitsfotoalbum weiter gestalten. Und zwar habe ich vor, hier auf diesen beiden Seiten eher so eine Art Masterboard zu machen. Das heißt, ich werde hier die ganzen Papiere, die ich hier so zusammengesammelt habe, und das ist von Graspapier über Reste von Sven Ferrier Sachen, teegefärbtes und kaffeegefärbtes Papier, Buchseiten und so weiter und so fort, werde ich hier, ja sag ich mal, Streifen lögen und kleben. Also vor allen Dingen kleben und kleben. Und ihr dürft mir einfach beim Craften zusehen. Das heißt, ich werde jetzt hier das Video auf stumm schalten und hinterher bekommt ihr schöne Musik auf die Ohren und könnt dann mal schauen, was dabei rausgekommen ist. Und ich denke, auch zum Schluss werde ich nochmal ein Rüben nähe ziehen, ja wie sehr es mir Spaß gemacht hat. Ich gehe davon aus sehr viel, gerne mit Kleber rumpanschen. Und wie mir selbst das Ergebnis gefällt. Was mache ich? Gar nicht viel Kleber. Stück für Stück alles mit Kleber aneinandersetzen. Und ja, dann sage ich mal, die nächste Show. Stück für Stück alles mit Kleber. Euer �öpelt. Fitfig dein Loch zu stewart. Und wie wir aulighian. Tal trasio ist die dumpfe für Stück. Und wieinhos immer. Und wie sie es wirklich gibt. Poleiziere Ahnen. Und wie relativ infrastruktur unselarset. Und wie es die winter ist,еньse ist nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020